Man versteht auch gar nicht, warum hatte ich denn da eine Krankheit, warum hatte ich denn den Unfall, warum ist denn die Beziehung in die Brüche gegangen. Man kapiert sein Leben gar nicht, wenn man nach so einer Katastrophe so weiterleben will wie vorher. Und da ist mir klar geworden, und das vermittle ich natürlich heute in jedem Seminar und das kann man auch bei mir online lernen, jede Krankheit und jeder Unfall hat eine positive Botschaft.